Willkommen zum zweiten Teil von Bomben! Zwei! Super! Wer meine ersten Videos gesehen hat, der weiß, dass Plock eine einfressende Geschichte ist. Und ich wollte gerade zum zweiten Teil von Plock sagen. Das kriegt mir nicht aus dem Kopf, dieser kleine gelb-rote Arschloch. Okay, weiter geht's. Die falsche Taste. Die falsche Taste. Machen wir dasselbe nochmal? Weil es überhaupt nicht langweilig ist. Ist es auch nicht. Weil du wirst jetzt Goldbomber. Nein. Ah, ist immer noch das selbe Spiel! Natürlich! Ich bin ja Goldbomber. Wir sind ja mal nie rausgegangen. Kann man ja mal kurz auf YouTube gehen und die erste Folge gucken? Was hab ich da? Trete! Das brauch ich nicht gucken, das weiß ich aus dem Kopf! Ich wollte so tun, als ob wir das Tage später aufnehmen. Nein. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin soll jetzt! In deinen Tod! Kicken musst du sie nicht. Ja. Okay. Nein! Stopp! Stopp! I called the Glitch! Der Glitch hat mich erwischt. Überhaupt es. Ich stell mir grad so'n Glitch vor. So'n grünes Haar. Wie gesehen? Der hat dich erkillt! Habt ihr das gesehen? Aber eiskalt! Du, das ist aufgenommen. Das ist eigentlich... Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Also, um Thomas mal zu retten. Er ist ohne Kamera eigentlich... Kamera... Mikrofon? Kamera läuft noch nicht zum Glück. Ohne Aufnahme jedenfalls... Ähm... Eigentlich besser. Noch keine Facecampe. Muss nur eins da gehen. Äh... Hast du? Haben wir uns mal gegenseitig angeguckt? Ich hab... Thomas... Alles hängt an dir. Ich hab den Weitungsgeber. Ich dachte, alles hängt an dir, Thomas. Oh, du bist der schönste. Achso, ich kann da kicken. Das ist auch... Das ist selbstverständlich. Ja. Oh. Puh, 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 puh. Hehehehe. Ich finde das, die Standard... Wow! Der war gut, oder? Ah! Der war sogar geplant, halt nicht. Ich wusste nicht, ob er ganz da oben rennt oder links abkommt. Alter. Den mach ich nochmal mit Zeit. Ich bin immer auf dem steht, auch noch der Sieg. Das... Versuch, nicht zu sterben. Mahne! Denn sonst hat er schon zwei Siege. Ich guck mal nie wieder neue Spieler. Ich seit so lange an Bockanen, bis ich der Beste bin. Ich will der Neue Beste sein. Ich will der Super Meat Boy sein! Tut mir leid, wir wollen nämlich keine Dauer machen. Es ist ganz tief im Kopf drin. Also, rennt einfach weg. Das ist sehr so. Kennt die Dr. S an YouTube? Das ist der beste Kanal. Der allerbeste! Nur die Leute, die immer eingehen, so in irgendwelchen Battle-Let's Plays sind scheiße. Oh, die kann ich nicht. Die sehen zwar besser aus, aber... Oh Gott, das war Ninja! Warte, ich hab's oft gesehen. Es gibt Ninja zum Bomben-Moment? Im Ernst, wie nimmt man eine Ninja mit Bomben? Äh, wie heißt der aus... 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 aus Mortal Kombat? Schlauze? Bei den Schraken? Achso, äh, Cyrus oder Sektor? Eher noch am W. Ich glaub, Sektor ist mein... Die haben alle korrischen Namen. Ja, Mortal Kombat ist scheiße. Was cool! Aber es sieht cool aus! Ja. Warte, geil. Huuuuhhhh! Streetfighter-Cross-Deckenden? Nein, das ist nicht, das ist das Problem an der Sache. Mortal Kombat! Na ja, das ist ein edeschen. Ja, natürlich. Mortal Kombat ist aber besser. Das ist so. Return to Sender? Ich würd's nicht immer in ernst nehmen wie ein Streetfighter oder sowas, aber... Fuck! Was machen wir? Wir wollten den erst töten. Und das läuft wieder auf mich und Rocky Rocky raus hier. Ja, wir haben ihn unbeleidt in der Pause. Ich hasse meine Gier! Ja, das ist jetzt raus. Ah! Ah! Ha-ha-ha! Muah-ha-ha! Und... Harry! Harry Potter! Wieso bleibt der in der Bombe ab und zu mal stehen? Keine Ahnung, ich hab das Gefühl, das glitscht umher hier. Ich glaub, man muss einfach ne Tastnummer doppelt drücken, damit's da einfach stehen bleibt. Wenn wir jetzt noch neue Bomberman-Taktiken finden... Nach wieviel Jahren? Wann ist das Spiel rausgekommen? Äh, 94. Wenn ich jetzt das Pferd... 94. Wenn ich jetzt in mein Pferd das Video unten gucken könnte. Oh, mein, mein. Weil da steht's immer. Weil ich ein Zuverlässer bin. Und den Leuten, die das Spiel machen, Crudits geben, obwohl die schon längst tot sind. Die Firma ist übrigens schon längst Bank auf. Weil, sag mal, mir trauen die, das ist gar nicht... Die Firma? Das hat's noch nicht. Oh, deine verdammte Bombe war zu schnell! Ich hab ja schon zwei Punkte. Oh, das ist ein Siegerstehend. Wie fühlt das denn aufgenommen wird? Thomas? Die Bombe! Ah, hab ich gesehen. Ich auch. Ich hab's in der Hand. Was du in der Hand hast, werde ich gar nicht wissen. Nee! Scheiße! Fuck! Wow! Deine Bombe war zu stark! Hauptsache, da fehlt die Schweiße, denn. Das merkt man immer, wenn man einen Controller findet. Ja, tut mir leid. Naja, deswegen haben wir jetzt hier einen eigenen gegeben. Den du nicht mehr aus der Hand legen musst. Den muss ich gerne rauszuspielen. Worausspielen! Worausspielen! Ne, so schlimm ist es nun. Das ist unbedingt ziemlich special, dass man ein Super Nintendo Spiel zu dritt und zu viert spielen kann. Ja. Wohlgemerkt. Ein originales Spiel, nicht emuliert und wird originales Spiel. Steam offline! Bist du dir schwer, sich zum Teil der Dinger zu kriegen? Ja. Super Nintendo, die Tab ist bestimmt auch steuer. Genau wie das, was ich gekauft hab für das Spiel. Das sind die Dinger so lange halten. Das sind die Dinger so lange halten. Das sind die Dinger so lange halten. Guck die heutige Kontrolle an. Das geht auch für deinen Bruder, wenn du mal bist. 4, 5 Jahre schon, wird's kaputt. Was ist mit dir los? Aber nicht so verdammt schnell in Kassel. Ich bin die kleinste Bombe auf dem Spielfeld reingelaufen. Die ist schon hoch, bevor ich reingelaufen bin. Mann, was ist los? Wie peinlich ist der? Was ist mit dir los? Mein Matronor ist kaputt. Ja. Der ist astrein. Obwohl, mit dem habe ich Meatball spiel. Kennt ihr die von? Ja. Abgekackt. Ne Corona zweimal ausheben. Ich glaube, was ist der oder der den den Ficht jetzt in der Hand hat, wenn ich nachher eh das Spiel ziehe. Ich kann die Mieten auseinanderheben. Könnt das Kabel verfolgen, aber ne. Heutzutage gibt's keine. Du hast eins. Ja, du kannst deine Kontrolle auch nicht kaufen. Ich bin den Keller. Ich hab dran nicht lobt. Ich hab wirklich dran nicht lobt, dass ich dich mitnehme. Oh Gott, wie dumm. Let's finish. Hey. Hey. Die letzte Bombe von Thomas oben war einfach nur so... Mäh. Wie sehen wohin sonst? Ja! Wichelt es dein Worm von der Fische-Pomber-Worm-Madele-Worm-Madele-Worm! Ich glaub ansonsten triffst du mehr Vierton. Das... das wird sein. Maybe. Ja, wo dann was sagt jetzt? Next Round. Ich find gut dass es... ich versuche auf meinen eigenen Let's Plays nicht so viel Englisch zu reden, aber wenn willst du trittst, dann ist noch mehr. NENE! Oh nein! Ich hab ZWEI-LIM! Weil der eigentlich der Übermodus ist. Scheiße. Jetzt brauchen wir wirklich einen Plan. Ich denke gerade, ich denke gerade, Entschuldigung. Ihr macht so wie ich und Thomas gerade eben. Zumindest kann der Thomas nicht sofort töten. Gerade hat mein Controller aufhören, nach links zu gehen. Ich hatte so einen Schock gerade, dass ich vor der Bombe stehen werde. Action. Viel mehr Action als je als andere im Spiel. Außer Dive Cake, das kommt gleich noch mit. Dive Cake. Dive Cake. Dive Cake. Dive Cake. Oh no. Hey guys! Ich habe mich gerade mit dem gelben verletzt. Oh, warum bin ich da drin? Ich hatte die Idee, noch einen Rind zu werfen. Ich dachte, die Bombe sind jetzt frisch gelegt. Ich wollte ihm einfach noch die letzte Lücke zumachen. So ein Arschloch wollte ich sein. Wollte ich mich mal zusammenarbeiten oder sowas? Ach, du soll ich jetzt sowas? Okay. Hey! Hey! Ich bin der Dornbomba zum Beispiel nicht gleich durchgezogen. Weil ich aber keine Superkraft hatte wie er jedes Mal. Er hat nichts zu verlieren, er kann aber draufhauen. Ja. Wenn ich jetzt so eine Bombe gekauft habe... Der kann Kamikaze laufen. Der kann Kamikaze laufen. Einmal ist nichts. Also, einmal kann jeder Kamikaze laufen, aber er immer lebt dabei. Das ist ja kein echtes Kamikaze. Das ist ja auch nicht gut. Ah! Hast du einen Schwein, du... Nein, du hast einen Schwein! Habt ihr weder Farben? Das ist ja ein bisschen der Schweinfarbe. Rosa. Farben. Nicht Farben. Oh Gott, was war das denn? Ich hatte nun keine Chance mehr. Ja, genau. Er schiebt den Glitch, Glitch! Aimbot! Leck! Das war Leck im Super-Altern-Spiel. Jaaaa! Mach' mir nicht schnell. Ja, bist du in so'n Fall-Omi? ... Also, wenn er so weit hätte, hol' ich mir noch'n Bier, oder? Mach' mal, bring' mir eins mit. Ben weg! Zwei ein Wetter. NEIN! Ich kann keine Worte! Weil ich gut langsam hab! Nein, ich bin ja schon... You dumb! Dang it! Hat genau gereicht, jetzt liegen wir da. Haben wir abgepasst. Abgepasst. Will nicht mehr erzielbar sein. Kinder, Alkohol ist schädlich für euch, ich tu das nie. Aus deinem Munde. Ich möchte nicht sagen, dass wir Alkoholiker sind, aber wir sind Alkoholiker. Aha. Wir alle? Nicht. Wer ist hier? Achso, wir sind sowas hier, weißt du schon, oder? Wir sind jetzt zu dritt hier. Nein, Rochi Bochi trinkt auch. Guck ihn dir an. Er ist blau. Ich guck nach unten. Ich guck nach unten. Und er, olle Thomas hier, legt ne Bombe unter meinen Arsch und denkt, wie? Da guckt ne Bombe so blau. Aber ich hab den Witz verstanden, weil er blau ist. Er hat seine eigene Bombe da... Und trotzdem seine Bombe da noch hinten gefällt. Also... Eure Bombe sind abartig stark. Das gefällt mir. Du hast Item gerettet auch nicht. Aber wie hast du von Schräg geworfen? Verfallen? Ich hab einfach Schräg gestanden. Achso, du standst so an der Kante, dass du aussah, als würdest du... Dieses Spiel wird vielen Autogreifen, zwei Dimensionen, man kann nicht Schräg stehen. Es ist ein Koordinatensystem, ich kann nur zwei Richtungen. Siehste? So, und jetzt könnte er nach... Theoretisch nach... Deswegen gewinnt Fichte meistens, ja genau. Mathematiker. Mathematiker. Mathematiker, ja. Sorry. Beabsicht. Ach, hervorragend. Sorry, ja. Ich will nicht sagen, dass er nachsicht war, aber vor mir nachsicht. Keine Item. Ups. Hab ich... Das war nicht mal beabsichtigt. Nichts. Ist das mal aufgefallen, dass mein... Also, unsere Kostüme allgemein aussehen wie so von... von Star Trek. Ich dachte, er hat Power Ranger Squad hat. Nee, aber guck mal nach vorne. Wir haben dieses Emblem da, wir haben diese komische Spunnecks. Nur die rosa... Die rosa Stellen in meinem Körper passen nicht ganz. Willst du denn... Das ist ja dann... Deine Haut oder sowas, genau. Meinst du? Meine Haut ist doch die... Siehst du doch meine Augen zu lassen hin? Es ist verwirrend. Ranger Skaza. Wir waren... Wir waren auf ihm. Ich kann gerade nicht kontrollieren, Leute. Ist ja gut. Ich kann Thomas noch nicht gewinnen lassen. Hilf mir. Tja. Es ist... Schwierig. Ja, aber... Eigentlich auch mal diese... Da ist Musik. Ja, das ist das Problem. Es gibt Musik. Die ist teurer sogar. Die ist teurer als immer gerne. Vermutlich teurer als manche Spiele. Ja. Und jetzt... Aber nichts ist teurer. Jetzt geht die auf 5. Ne. Die haben auch mal in 3 Tagen eine Milliarde Euro bekommen. Äh, Dollar. Ja, das machen wir es in Coupéken. Coupéken sind es... Sind es... 100 Milliarden. Haben wir nicht mal 1 zu 100 ausgegeben? Kupikistaner. Aber es waren keine Dollar, es waren Euro. So. So. Okay, damit reicht es aufhören. Ja, das ist ein Rollstuhl. Stuhl. Schuh. Schuhstuhl. Rollstuhl. Okay. Gut. Haut rein. Wir singen.